Und sie kann... Ich bin Hartnett Tessler und habe die Moderation bei einigen dieser klugen, kleinen Videos übernommen. Auch ich als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, habe manchmal Probleme, mich so durch diesen Dschungel der Bürokratie durchzuarbeiten und durchzukämpfen. Insofern finde ich es total schön, dass wir versucht haben, diese ganz komplexen Sachen möglichst einfach zu erklären. Was passiert, wenn ich einen Schaden verursache und nicht versichert bin? Was mache ich, wenn das Halal-Zertifikat nicht auf der Verpackung ist? Und euch ein Inkasso unter... Das gibt's doch nicht. Ja! Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung.